Hallo und willkommen zu einer Folge Carterswike Wieder mal dabei hier unsere Leute hier Sag mal hallo 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 Und ich bin wieder bei Smurf Smurf-Bronze Elite Master unterwegs Hit meee We are looking for Against you guys We can detect you guys Genau Das machen wir Ich krieg die Connector Okay, lass A gehen Okay, A Lass lang gehen Nee Ich krieg mich nicht Ich krieg mich nicht Ja, too bad Lang ist irgendwie keiner Doch, lang ist einer Boah Lang sind zwei Lang sind zwei Boah Oh mein Gott Hinter dir am schneiden, man Gemacht Ein Ace Äh Ja Äh Ja Hätte ihn eigentlich neifen müssen Aber naja Gegen kaufen? Ja, natürlich gegen kaufen Gegen kaufen Okay Kann mit Diegel nicht Aber ich nehm Diegel Der hat 2000 Stunden und das AK1 Na, ich hätte ihn auf den Smoke kaufen müssen On-Spot-Smoke Der wäre Prends sicher gewesen Egal So schlecht Ich hab ihn Einer Pit Pit Und noch Noch einer Pit Noch einer Pit Mann Wart war? Wart war? Oh, Drecks was battert Ey Ich war im Garten Ne, du bist Der ist voll über dich gesprungen Du hast einen rekurriert Nächster Pit Alter, was schließt Niiiice Aber Mieße Ey Hat er nen Ace gemacht Ja, nur weil er seine anderen Teammates alle geopfert hat Deshalb Ne, ich hab nur den einen gesehen Dann hab ich nachgeladen Und dann hab ich dir gesagt Da steht noch einer Ja, den einen hätte ich schmissen Scheiße Ich nehm jetzt die MP9 Ich kann damit nicht Aber egal Jojo Schaff ich schon Marco immer schön Run and Gun machen Was heißt das? Ja Renn und Schießen Achso 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 Toiletten, Alter Alter, direkt nen Heserl gegeben Das Besiegen kann ich besser Toiletten und tot Ok, da war keiner Wir gehen alle A drauf Ja Geht B, oder? Ja Geht nun Ah ok, dann gehen wir A Gitter den Nuss hier Ja eh nun Noch an der Stairs Ach, ich hab ihn 35 gegeben Hinter Container Ja Alle halt Wir haben durchgegeben Wanknexer, Wanknexer 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 Dem hab ich mal irgendwie schön durchs Blech gegeben, oder was? Das musst du nicht so durchsagen Der Wack seht das ja eh mit seinem Brawlhack Ja Die Wallhack Verschwörung Today starring Dreck Ja, ich muss ja nicht alles machen, oder? Ganz weißer Spruch, ne? Ach scheiße Kenn ich irgendwoher Oh Oh Oh, die pushen alle Die pushen alle Schnell B, B, B Rennt zurück, B Ich komm nicht so schnell weg Hilfe, Spielplatz Und der Person Spielplatz ist falsch Ja, kann ich das sagen Einer Einer rechts in der Ecke gleich Siehst du? Ich muss nicht alles machen, ne? Boah, mein Krüppel bei mir Hopp Ich will nicht die Bombe Warum nicht? Dann nimm sie Dann kriegst du Punkte Genau das will ich ja nicht Sonst würde ich ja Öd, weil Knobel und so Oh Let's go Eine Runde weiter, Jamarco Einfach zu playtieren, da ist das Problem Einer hat B-Balkon Ah, ist einer tot Ich seh nichts lang bisher Und den Schatz Ja, ich seh nichts lang Ich seh nichts lang Wie lange könnte er ans B-Balkon stehen? Einer baut Wo ist der? Ach da Ja, ich seh nicht Sag aber wo der steht, ist er weg Da ist mir Donner Nein, ich hab die Erfahrung gelegt. Ich bin an den Akau, ich hab gelegt... Aber ich hab so viel Geld Rittspitch Über, espí varied 1942 mal die und so Ja, er läuft Nee die bombe nicht G ll über B Ja Ich gib die Die geht A Ich mach die T slip lunX, unspot sm cc Wieder Garten und Alles Alles Garten, die Bombe Ja, alles vor Gartenbrunnen und so Einer T Wo, die Bombe Wehe Oh, good knife, bro Weg, weg, weg Links Oder auch nicht Zing Ah, scheiße Marco Hier, ich kann mal selber einen Acker holen So Was kannst du? Ich geh nach Westen an den Koffer ein Kostet ja nicht viel Statt doch jetzt in der Zeitung wieder Süddeutsch oder so Von wegen, dass man sich, wenn man will, immer eine Acker besorgen kann Easy go Flasht Aber das ist doch nicht für ne müchtigen Flash, Alter Flasht 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 Ja, vergesst nicht zu sagen, dass ich noch eine Reife habe und eine Flash und... Warte! 100 HP und Leiter oben. Kill! Go kill! Was, North America? Was? Was? Da echt keiner hinläuft, wa? Doch, da ist einer. Ach nee... Oh! Ich hätte was gemessert. Marco, du hast die Bombe, ne? Achso. Wir gehen wieder. Hey, Junge! Ach, ich dachte schon, da komme ich nicht mehr dran. Die gleiche Stelle, alter! Der stadt Atomfässer. Was? 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 Warte! 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 Sp supervision! Warte! Wo bist du denn? Wir sehen uns ein R internetstimmen. Sieiego! Jo� racco. Jetzt stehst du, wer stand auf mich drauf? Ich stand auf dir drauf. Ich steh auf dich. Ich steh auf dich, Alter. Ja, ich hab schon einen Bot drinnen, Alter. Ja, über den, glaub ich, einfach durchrennt und den, äh, Soyz war, aber das war, glaub ich, so riskant. Da hab ich einfach nur ein Skop gemacht. Ja. Gute Flash. Was? Einer Connector. Oh, einer, äh, Toxic. Geht jetzt Wasser rein, lang. Mit Arbe. Achso, das hast du zu spät gesagt. Noch einer Connector. Zwei Connector, zwei Connector. Links. Arbe down. Nice. Nein. Letzter so, Alter. Der ist low. Low. Aber ihr seid beide richtig low. Ja. Oh, dammit. Hat aber schon durchgesagt bekommen, dass du low bist. Guck mal, dass du eine Reaktion er hat, weißt du. Ja. Hier, Flash. Noch eine. Was für ein Superlag war das denn? Da ist der geflogen. Einer. Einer. Pit oder Headshot. Noch einer. Lang. Einer. Äh, mir gibt der Halt. Instant, Mann. B ist clean. Er muss be clean, Alter. B war clean. Jetzt sind beide. Einer ist unten, einer ist Balkon. Achso. 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 Ich glaube, da ist Wasser runtergesprungen vorhin. Ich bin schon letzter. Bei Balkon geht's low. Ah, der hat's low. Ihr seid im Balkon das letzte. Der ist Balkon Awe. Und doch gar nicht. Oder auch nicht mehr. Ja. Ihr wart zu langsam auf B. Ich war da schon drauf. Und ihr habt... Ja, du sagst mal, dass du bist drauf. Wart drauf. Bin drauf. Irgendwann war ich schon weg. Was? Wie bitte? Du sagtest clean. Ich bin drauf. Irgendwann war ich sofort weg. Ja. Dann bin ich durchgepuscht. Und dann kamen sie schon. Sag's ja eiskalt. Er ist noch auf dem Balkon. Da steht da an der Säule. Ja, Marco. Wir müssen doch deine Reaktionen testen. Achso. Und ich hab erfolgreich verstanden. Richtig. Erstmal drei Nades. So wie die hier ständig am Rushen sind. Boah. Zwei B pushen. Drei P pushen. Was hat das? Drei P? Ja. Drei B. Ich bin A, ne? Konnektor. Ich bin A drauf. Macht nichts. Ich wollte gerade auch schon auf die drauf schießen, Leute. Sit. In dem Fall. Du machst das schon. Einer unten. Wo unten? Ähh. Ne. Ne. Sorange. Vergiss ich es. Du steppst so viel, mein Freund. Ach. Einer drin. Der hat zwei Hits. Boah. Der ist defuse. Der ist defuse. Ja. Zweite. Rückenbombe. Vorne, rechts, rechts, links jetzt. Und front. Ich renne natürlich mit Zeus vor. Das ist voll intelligent. Drei und zwei. Ah. Erstmal Zeusten. Oh. Stofft er nicht. Ach so wie. Alle gestorben läuft. Hat er ja kein Kit gehabt. Nee. Jedoch glaube ich Eco gehabt. Ja. Marco du musst mal drummen hier. Dann. Hab getwappt. Wo? Oh ne. Hallo. 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 Super. Oh der hat doch keine AK. Jetzt hab ich doch was gekauft. Ach so. Sorry. Weil ich hab gedacht ja. Connector. Muss ich mal nett sein oder so. Connector. Kommt raus. Was sollte. Wasser. Lang. 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 Ach komm. Der 13 AP. Der geht jetzt lang. Der ging lang. Den hättest du auch tasern können machen. Ja. Vielleicht hätt ich tasern an der Hand genommen. Hätt er sein können. Dass er. Weggedangen ist. Weil er flash ist. Und dann ich den nicht getroffen hätte. Oder so. Die haben grad schon wieder Eco gemacht. Das ne. Risiko und so. Die werden jetzt. Full kaufen. Meinst du so richtig full alter. Flaschbank. 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 Ja. A war auf Grund. Eine noch im Wasser. Ja genau man. Ich hab nicht einmal mit drauf angeblich. Wahrscheinlich zwei Connector. Wahrscheinlich. Oh nein 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 nein. Einer beim Polen. Nice Marco. Balkon. War einer. Noch einer Connector. Wahrscheinlich. Oder T oder so. Ach. Ich hab den ihn angeguckt. Scheiße. Hat 4 HP. Nein. Aha. Haha. Leute. Guck Marco. Noch ein Messer. Ach guck. Alter hat's auch wieder sowas von low. Der kommt short. Ja hört er doch. Ja hört er doch. Cut und ein Messer statt ist er tot. Nein. Siehste. Mann. Warum sterb ich denn immer? Ah herrlich. So ich spiel jetzt mal Arfe. Ich hab Bock drauf. Marco du bist heute immer wieder meine Hälfte. Ich warte dann bis du stirbst ne. Dauert ja nicht lang. Die Bombe könnte ja wenigstens irgendwer noch mitnehmen. Faulen Schwein. Ah wetter. Gutes Foto. Ach. Kontakt. Ja. Die decken lang ja überhaupt nicht ey. Die sind alle B wa? Ja. Ah ja. Toiletten. Ach komm. Try hard over 9000. Einer SWAT. SWAT Arfe. Nein. Aha. Jetzt hat er sich zurück. Zwei lang. Einer on-spot einer lang. Lang push durch übrigens. Eiko lang push durch. Das ist nur ne Arfe irgendwo on-spot. Das ist gut ne. Der ist Was hör mich zu Ende planten? Da stand's der Das war der lustige Hälfte Was? Schreibt ihr auf die Scheiße? I'll rip your Nance dead, Carcass Limp from Limp, you better chain that Ja Das lassen wir jetzt einfach mal so im Rauch stecken Ja Los, los, los! Deploying Decoi Wenn die Lagen ein bisschen länger brauchen, kann ich da übelts übelts gemeines machen Übelts gemeines Ja, übelts gemein B glaube ich, oder? B ist nicht Nee, warte Ach komm, der ist selbst jetzt Wie lang? Wo? Hä? Wie kommt der denn da? Wo denn? Ach! Die letzten zwei lang Die letzten zwei lang Ah, der links orange Schleicht Äh... Beide lang Eine 8 HP in einer 60 Nice Geht auf lang Der kommt hinter dir, oder? Hinter dir Ich muss das Crosshair nicht bewegen Was? Ich 1 Meter zu hoch gezählt? Ah Der ist... Der steht Brunnen, der ist jetzt Party Traurig Party Traurig Mach mal Party jetzt, Junge Mach mal Randale hier Der blenden grad B weiß ich nicht Und tot Und tot Pss Back door Pss Ist besser, der blenden B Chart Olek Batman Links, links in der Ecke. Defusing the bomb. Nein! Sonst ist er drauf an, so welches Spickwinkel man guckt, ne? Aber hat die echt erst so angehört gehabt, ne? Ja, hat sich auf jeden Fall so angehört. Ach, ich hab auch irgendwie gehört, als er ans Wasser gesprungen ist, hab ich glaube ich auch irgendwas gehört gehabt, aber... Es wäre jetzt rückzuschlich in der Schlaminer. Forsten, wa? Forsten? Okay. Let's go, let's go! Block, block, ich komm hier nicht durch, warum komm ich hier nicht durch, block? Weil du zu fett bist. Ja genau, nimm ab. Fettes Schwein, Alter. Ah, wenn ich wieder da bin, dann... Wissen die das. Was hast du denn gemacht, Thomas? Guck mal hier, der war ansatz zu. Ich hab hier also gewartet. Da hab ich erst ganz spät gesehen, dann... Ah, so ein Deck hat zwei Stück. Bei dir kommt was, oder? Ja. Zwei Toiletten. Upp. Geiler Nadespot, Dicke. Deploying Flashbang. Der war gar nicht geflasht. Toiletten oben. Ufrischung A. Genau da. Der war nicht geiler Waffe, Alter. Ja, es ist die MiP9. Du hast gleich hab ich auch gedacht. Du weißt das, du dann aber da stirbst, wenn du dann bleibst, ne? Ja. Du kannst die safen. Das hatten wir ja was. Da kannst du safen. Nein. Das ist eigentlich gut, weil wenn die safen und da durchrennen. Ich muss aber weg. Du stirbst. Und tot. Du bist auch nicht weggegangen oder bist du vielleicht überlebt. Ich weiß nicht. Nee, da hätte ich natürlich durchgrannt. Ja, bist zu nah dran. Okay. Jetzt aber Eco. Ich hätte es vielleicht bekommen. Eco. Eco. Mit Kevlar hätte ich es vielleicht geschafft oder so. Los. Los. Eagle Time. Boah, wie die heulen oder? Was besitzt uns deswegen. B wieder nichts. Mitte was? Komm zur Toiletten. Mitte. Lange ist auch hoch, Alter. Oh, ich hab die Witz jetzt. Boah, Alter. Hinter Stein hat das Glück gemacht. Wir haben die Bombe. Geht alle A lang, wir haben die Bombe. Okay. Thanks. Verretten, verretten. Vorsicht. Blau. Oh, von Weitem. Weitem, glaube ich. Alter, ich kotze gleich, Junge, Alter. Sven, du, Zicoeiner. Warum? Einfach so. Okay. Kattest du eigentlich Schimpfe da raus? Stimmt das? Wir sind nur noch Bathroom-Area. Ja, sind sie auch. Psch, 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 psch. Psch, 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 psch. Ah, 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 ah. Ganz safe. Willi müssen Moeerse machen. Ended A. Oh man, bin mehr Expandador. Nice. weil Adi oh mein ne hast du aber nicht verdient zu defuse Kollege ich kann gar nicht richtig spielen danke wirst du MP dafür ich mach jetzt mal lang Kollege ja danke Marco hat auch keine Calls ich mach lang was ich geh immer lang ich hab jetzt aber ich mach jetzt lang ist mir egal ich hab ja auch den Kopf weg ich darf das Auto geht das eigentlich geht wieder nichts Boah jetzt kommt einer Bank Party 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 da steht einer einer vor mir vielleicht mit geht rein lang ja komm ich hab deine AK gesehen noch einer lang noch mal Nice Bombe lalalalalala ich schätze letzter Toiletten und auch Connector ja Toilette hat halbes Leben da bin und die 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 Der hat er fast geholt, ne? Der war im Belecht, hier. Achja, wollte ja nur ne Chance, wenn der verdrein kommen kann, weißt du? Kann einer für mich legen? Für dich? Nee, Alter, hier. Nice Jumpshot, hab ich gejumped? Ja, eigentlich nicht. Keine Ahnung. Oha, sprich mir erst mal die Haxen, ey. Lange einer. Lange weg. Toiletten, geht zu dir, Blau. Alter. Zwei Connector. Zwei Connector. Einer kommt Short raus mit Brombe. Was einer könnte A war haben. Alter, ich krebs nicht, aber was ist das heute, oder? Bumme B down, ne? Da hat der hat der Wollhack dir verraten, worin er? Sag danke, ich hab da absolut nicht programmiert. Nein. Die beiden? Ist nicht meine Map man. Dropp, 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 dropp. Du hast genug Geld, Alter. Dropp, dropp, dropp. Keine Arbe. Nicht? Irtwas anderes. Move it, move it! Okay. Hopp. Wie viel Geld, wie soll ich denn noch droppen für euch? Alles. Verfallen musst du doch auch nehmen. Ich mein, wir gewinnen nur, aber haben kein Geld, ne? Komisch. Ja. Weil wir ständig von unseren Teammates abgeschossen werden. Du hast nur einen einzigen Stern versaut, Alter. Äh, Party zwei, drei. Wo ist denn noch Party, Alter? Da, wo die Leute waren. Geh'n Connector runter. Geh'n Connector runter. So, jetzt aber, wo ist das? Ach komm, einer lang. Ich dachte, die sind alle Connector runter. Wow. Okay. Voll. Na, kommen sie! Er hört mal einmal auf ihn, weißt du? Drei Leute. Kill ihn doch. Knife ihn. Ich hab' das. Knife ihn geht's. Jetzt Knife ihn. Der hört ja gar nicht. Oh. Oh, da. Geh' mal. Wo ist jetzt Park? Zeig' mal. Geh' mal da hin, Aiko. Warte, warte, ich zeig's ihm. Zeig' mir. Zeig' mir noch ein paar. Zeig's ihm. Zeig' mal. Klar. 被电 Was sind das für Luftballons? Ja, da ist Party. Ich glaube Luftballons sind Party oder Picknick. Hier, kriegst ne Awe. Kaufen wir wieder meinen Schockgang. Nein, keine Chance. Aber geil, wie du weggesprungen musst. Kannst du lange wieder machen, wenn du willst. Lass das, lass lang machen. Jetzt bin ich da. Die Connector waren. Wird weh. Wahrscheinlich. Glaub ich nicht so dran. Doch, einer noch short. We got this. Mann, ich hab auch geschossen. Hier, meine Arme schenk ich dir. Nice work. Ach ne. Get banned. Wollte ich sagen, okay. Gangbang. Da war ein DMG und zwei AKs. Also, zu schwache Gegner waren das nicht unbedingt. Nicht wirklich, naja. Na ja. Boah, das ist heftig. Danke fürs Zuschauen, tschüss. 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 M